The Holy Grail of Vintage Smooth Compression. Das sagen jedenfalls Waves. Der Aeros 124 Kompressor ist auf jeden Fall ein Hingucker im Studio 3 in den Abbey Road Studios und wurde wohl bei wirklich jedem Beatles Song genutzt. Und wird wahrscheinlich auch genau deshalb als Geheimwaffe der Engineers in den Abbey Road Studios bezeichnet. Wenn es um warme und smove Kompressionen geht, denke ich immer an Vocals. In dem Fall habe ich hier Vocals von Max, weil wir gerade an einem Song arbeiten. Hier in dem Kompressor können wir erstmal die Recovery Zeit, also die Release Zeit einstellen. Wir haben eine Input Control, also wie viel Signal geht hier in den Kompressor rein. Das heißt, wie stark arbeitet der auch. Wir haben hier einen Output Gain, mit dem wir die Reduktion wieder ausgleichen können. Und weil der Kompressor so nie kommerziell auf dem Markt erschienen ist und die unterschiedlichen Exemplare auch sehr unterschiedlich klangen, gibt es hier diese zwei Typen. Einmal Studio und Cutter. Studio hat schnellere Attack- und Release-Zeiten. Cutter hat ein bisschen langsame Attack- und Release-Zeiten. Superfuse matcht die Attack- und Release-Zeiten und lässt dadurch den Kompressor aggressiver klingen. Hören wir uns das kurz an. Und alles ist viel zu laut. Wir sind verloren. Steh nicht mehr auf. Denn da ist noch ein bisschen Frieden. Liegst du in meinen Armen. Auf jeden Fall sehr cool. Kann ich mir gut vorstellen. Auch bei Drums. Die Holt-Funktion ist gerade für ausklingende Signale und Hall-Fahnen, die so sehr hoch poppen, interessant, weil hier der Kompressor noch länger gehalten wird, als eigentlich das Signal da ist. Hören wir uns das kurz an. Einmal ohne. Frieden, liegst du in meinen Armen. Und hier hört man schon, die High-Fahne kommt noch mal hoch. Jetzt mache ich das mal an. Du in meinen Armen. Übrigens wurde der ursprüngliche Alltag RS24 von den Engineers und Technikern in den Abbey Road Studios komplett umgebaut. Es wurden mehr Funktionen dazu gemacht, neue Röhren rein. Es war viel zu neu, sie fanden sie. Und ist somit eigentlich relativ weit weg von dem ursprünglichen Original. Aber das kennen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ich benutze den Kompressor jetzt auf jeden Fall auf den Vocals von Max hier in der Session. Wenn du auch so ein Plugin haben willst oder noch andere, dann check doch mal die Seite von den Jungs von Plugins Masters. Die haben nicht nur oft sehr coole Rabatte, sondern auch immer wieder Giveaways. Wenn du deinen Song professionell gemischt und gemastert haben willst, dann schreib mir eine Nachricht und wir sprechen über dein Projekt.